Musik Wir marschieren gerade 100 australische Dudelsackbläser und Trommler ein für das nächste Lied Amazing Grace. Amazing Grace ist eines der bekanntesten Kirchenlieder und die Melodie von Amazing Grace geht auf schottische Wurzeln zurück. Und Sie wissen, in Schottland ist der Dudelsack natürlich sehr berühmt. Und vor vielen, vielen Jahren haben Auswanderer und Soldaten den Dudelsack hierher nach Australien gebracht. Auch hier ist er inzwischen sehr beliebt und hier leben auch sehr viele Nachfahren von Schotten, denn Australien ist ja das Auswandererland schlechthin. Und deswegen gibt es hier so viele australische Dudelsackbläser. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR